Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokemon Mount! Letzte Folge sind wir hier stehen geblieben! Okay! Okay! Densekönig vor uns heraus! Tobias! Unlicht! 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 Ich habe einen Knurga, weil Knurga vom Typ Feuer ist. Da könnt ihr noch heimlich noch was ausrichten. Dann zahlt er noch ein. Fuck. Okay, es sieht nichts. Es sieht absolut nichts. als ob das effektiv ist vom fucking typ feuer so problem mit dem haben wir haben das erste punkt man dauert jetzt bitte irgendwas etwas ertragbares liebel oder so brauche ich mal ich habe das immer ins boden Lois, mit dem Rohr gegen mit dem Rohr. Knärscher auf. Easy. Oh Gott, die Super-Kart haben wir ja gar nicht effektives. Okay, doch, das ist Boden. Nee, das ist Stahl. Das ist Alula-Snowbili-Cut. Eis ist effektiv? Ich probiere mal einen Nass-Spark. Mogelieb, ne, Mogelieb ist so eine nervige Attacke. Weil die eigentlich immer einen zurückstracken lässt. Oh Gott. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Das war einfach nicht abgezogen. Okay. Ich muss auf Dings wechseln auch. Ich hab's nicht getan. Ja, Herr. Ich hab's nicht getan. Ich schaue mich nicht, dass es mir wirklich gut ist. Das ist nur ein Mal-Effektiv. Das liegt ja doch total. Olle. Zum Warnfall. Okay, sonst gehen die Optionen aus. Grashe kann auch Blut. Aber wir haben keine Dings mehr. Wir haben nichts Effektives mehr, wirklich. Ich bin sauer. Das Nubiligat kann alles. Fuck it off. What the fuck is this? Nee, von denen glaube ich. Hey, it's the... Nein. The One-Shot adds up. Da haben wir eine Stahl-Attacke wieder zu One-Shotten. Da-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Das Anti-Bear ist für euch Liebe. Das war's für heute. das haben wir schon sein sortiment ich war einfach ein paar belieber 10 belieber reichen immer top-tramp brauchen wir nicht wenn jemand 20 hypertränken möchte wir haben so gute 17 es gibt ich will rote sitzen nicht skippen bin ich ehrlich aber rote sitzen dürfte viel egal ich will leben ich will leben wollen wir ja die und nicht kristall haben war sie mal auf ich glaube 17 ist nur anders anders herum betritt ja okay dann gehen wir auch hier zurück in die city und gehen eine route 17 umgedreht ran wir waren im kampf von dicks noch nicht um um 7 die in fliegen, what the fuck Nein. Raupi Als ob Level 29, was? Das ist ein Joke Als ob die Trainer jetzt gerade so Ich verstehe die Logik nicht Als ob die so underleveled sind Oder als ob die so overleveled sind Das ist ein random Trainer und dann einfach komplett underleveled Das ist ein Das ist ein Das ist ein Tau, Pseep! Die Pulver weiter ins Schnabel, Fasche. Was für Wadschotten? Oh, das war Pikachu. Nee, Knogger. War immer Knogger. Die Zuladung. Wie heißt das? Wenn aber auf, äh, Haluda Santana gehen könnte. Ja, ich habe hier die Kampel. Ja, ich habe hier die Kampel. Oh, Ratsfrats. Oh, Kanto-Ratsfrats sogar. Das Original. Huh? That's too bad. Komm, wir gehen auch noch mal in Schnaufe. Oh nee, noch mal schnaufe. Laubklinge, lol 55 Laubklinge hat 90, alter Easy Snack Das wird unsere stärkste Pflanzer-Attacke, ein Red-Torn, Red-Torn-Torn So, let's go, let's go, let's go, go, let's Ich muss jetzt mit Eisenschwede Das ist aber noch nicht Ah mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich bin dran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe nachher irgendwas zu überlegen, um eine Billika zu besiegen. Im Kampf fällt es geiler, aber wir haben keine Kappa-Tanken. Ach komm, letzten 2 mal haben wir auch noch. Ich habe keine Kappa. Danke, das ist komponiert. yes es war ein riesen nugget okay die 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 Loll! Team Rocket! Team Rocket Machine, uh oh. Das kann schon cool werden. Let's go! Eigentlich hätte ich die Schattenklasse einsetzen können. Jetzt habe ich die Schattenklasse damit. What? Zubat, wow. Pikachu! It's your turn! Pika! 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 Bis zum nächsten Mal.